da leute hallo und herzlich willkommen zurück zu far cry 3 ich habe mich jetzt hier mal ganz schnell an den nächstliegenden ort teleportiert eine schnellreise gemacht und wir sollen uns ja jetzt hier an den drogenfeldern das sieht mir ja dann außer egal gut ist ja weihnachten fast und da sieht noch weihnachtsbäume aus ich sag mal so wir gehen da jetzt mal schnell schnell hin und treffen uns die piraten greifen holz drogenfelder an sie haben bomben gelegt wir entschärfen sie okay bist du bereit aber sicher jetzt ernsthaft was hat er denn für sorgen blitzkrieg jetzt gebacken der typ oder meine güte es gab einen kampf ja holz wird deine hunde zu den leichen ficken super ich entschaffe die bombe weg mich ja 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 Quickscope! Oh! 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 Mein Gott! Ja kommst du mal raus aus der Hütte oder was? Ja was jetzt? Junge! Komm! Gib Tüte hier! Du läufst vor, ich folge dir! Lalalala! Die Zeit läuft uns davon! Ja, am Arsch, mein Täubchen! Oh, mir geht hier langsam die Munde aus! Das ist nicht gut! Bring die Leiter hoch aufs Dach! Los! Oh mein Gott, ist der Alarm! Bereit machen! Mann! Ey, jetzt halt doch einfach still! Wo? Mann! Ey! Wo kommt ihr her? Wo kommt ihr her? Jaaa, meine Güte! Kümmer dich darum, kümmer dich darum! Los! Los! Ach, jetzt! Ey! Machen wir das halt so! Ey! Puh! Top Schoß! Scheiße! Wir haben wenig Zeit! Ja! Dann lauf vielleicht mal! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Da drüben! Dann kann ich nachts besser schlafen! Hä? Welches Geschütz? Hä? Ich sehe hier kein Geschütz, du Idiot! Doch, da! Jetzt geh doch an da! Geht schief! Hey! Blüht! Geht doch ein grosser Krさん! ja schießt ihn ab immer ich immer muss oh du lappen ich berichte heute dass du mitgemacht hast das sollte doch helfen oder lust die liste brauche ich noch ja noch mal dazu ich habe eine idee wo die sein könnte bei einer verlassenen bergbau kolonie in der schlucht okay ich sehe es mir an und denk an die fotos von den schuldigen so leute jetzt gehen wir noch ein bisschen plündern hier diese ganzen armen lichter hier gehen wir das virtuelle leben ausgelöscht haben munition einsammeln ist natürlich auch immer wichtig und schon wieder an fähigkeitspunkte halten das ist auch nicht schlecht irgendwo möchte ich natürlich dann auch mal alle fähigkeiten freigeschaltet haben ich glaube sechs oder sieben fähigkeiten fehlen noch nicht noch einstellen kann laden wir erstmal nach und da möchte ich natürlich irgendwo alle möglichkeiten ausschöpfen die es da gibt jetzt aber richtig ordentlich leichensalat schön weggepratzt zeig was du bei dir hast ein edelstein kannst du einen edelstein haben er ist richtig dolle mit munition ist das ja nicht gerade auch hier noch welche er hat nichts mehr wobei hier eine kiste da kommt noch auf das ging ist immer irgendwo nicht ganz unwichtig den ganzen krümpel damit zu nehmen was aber hier noch eine pg schutzweste schutzweste ist auch immer nett und da haben wir munition alles gut alles fein und noch mal munition und noch eine leiche so was hast du vor du bleibst jetzt hier oder was okay dann macht das million ich werfe gleich einen blick auf die karte und sehe ja im groben schon mal ziemlich weit weg muss das sein wo ich hin muss ja leute ich würde sagen das war's für den teil mal wieder eine quick schnelle runde vielleicht finde ich auch wie ich noch eine leiche genau und natürlich werden wir den nächsten fall oder die nächste problemlösung dahinten müssen auch noch leichen liegen dann in der nächsten folge in angriff nehmen ich werde natürlich auch immer wieder zwischendurch mal versuchen wenn ich nicht aufnehmen dass ich die einzelnen außenposten noch einnehmen wie gesagt die funktürme habe ich jetzt mittlerweile alle eingenommen und ja das war's für heute von mir ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dann schau euer dirty harry drei zwei drei drei Untertitelung des ZDF, 2020